Yo Leute, was geht ab und jetzt willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yassim. Und ja Leute, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, dass die letzten Tage und so keine Videos kamen. Aber Leute, das hier ist offiziell der erste Turniersieg in Rocket League für mich und Markus, Digga. Ich kann's kaum glauben. Oh, Silber 3. Erster Turniersieg. Chat, erster Turniersieg hier guckt. Turniersieger. Schau, da kommt sogar ein Pokal. Geil. Guck Chat, Turniersieger. Wir sind einfach Turniersieger. Ich kann's wirklich nicht glauben. Wir sind einfach Turniersieger geworden. Und Chat, aber man muss dazu sagen, wirklich, unserer Mate, dieser Oblog, der hat uns durchgecurried. Der war so gut. Er kennt man ja auch schon mal Punkte. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, die Tage gibt es wieder in Rocket League Stream. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.